Die Frauen haben in der großen Mehrzahl gemeint, es sei okay beim Kartenspiel zu mogeln. Das fanden die Männer entsetzlich. Das geht gegen die Spielregeln Himmelarsch und Zwirn und gegen eine Regel verstößt ein Mann nicht. Niemals! Die Frauen sind ja so inkonsequent. Die halten sich ja nicht an die Regeln, die machen heute so, morgen so, ist ja entsetzlich mit diesen Weibern. Also die Frauen fanden die Morgelei, nicht alle, aber weitgehend okay. Bei allen anderen Fragen haben sie gesagt, nein, nicht okay, die meisten Frauen. Die Männer haben zu 74% fand sie es völlig okay zu lügen. Zu 50% fand sie das Betrügen noch völlig okay. Zu 25% Körperverletzung und zu 15% Mord und Totschlag. Aber beim Kartenspiel mogeln, das darf man nicht.